Sie möchten Ihre alten Dias und Negative ins digitale Zeitalter retten? Nichts einfacher als das. Mit diesem genialen Objektivaufsatz digitalisieren Sie Ihre wertvollen Erinnerungen wie im Profi-Fotolabor. Das Aufsatzgewinde passt auf viele hundert Spiegelreflexkameras. Es lässt sich blitzschnell auf Ihr normales Objektiv aufschrauben. Danach fotografieren Sie die alten Dias oder Negative direkt in erstklassiger digitaler Qualität ab. Der hochwertige Opale-Streufilter gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung. So erstrahlen Ihre Fotoschätze in völlig neuem Glanz. Mithilfe der professionellen Fotosoftware entfernen Sie Bildfehler oder Beschädigungen schnell per Mausklick am PC. Einfach genial, genial einfach. Digitalisieren Sie jetzt wie die Profis. Dann haben auch Ihre Urenkel noch Freude an den Schnappschüssen von einst. Greifen Sie jetzt zu. Schnappschüssen von Spiegelobank. Vielen Dank.